Herzlich Willkommen zum SlowCast. Welchen Zitierstil benutze ich? Emma und Max haben beide schon mal etwas von verschiedenen Zitierstilen gehört. Sie unterhalten sich heute darüber, welchen sie in ihren Hausarbeiten nutzen werden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Quellen im Text zu kennzeichnen und nachzuweisen. Ja, es gibt tatsächlich mehrere tausend Zitierstile, unter anderem numerische, wo zum Beispiel die Nummern in eckige Klammern eingebunden werden, oder es werden nur Autor und Seitenzahlen angegeben und und und. Es ist immer gut, wenn du dich zu Beginn deiner Arbeit mit dem Betreuer absprichst, welchen Stil er empfiehlt. Und welchen Zitierstil benutzt du bei deiner Arbeit? In der Psychologie sollte man sich an den APA-Stil halten, Max. Da hast du keine große Auswahl. Und wie funktioniert der APA-Stil? Es ist ein Autor-Jahr-Beleg zum Nachweis im Fließtext. Dabei werden Autorenname und Erscheinungsjahr angegeben und nur bei direkten Zitaten die Seitenangabe. Am Ende der Arbeit gibst du alle verwendeten Quellen vollständig im Literaturverzeichnis an. Dabei sortierst du alphabetisch nach den Nachnamen der Autoren. An der Stelle kommen sicher wieder die 4 W ins Spiel. Ja, genau. Schau mal, es gibt übrigens ein ganzes Buch, in dem die APA-Zitierregeln zu allen Medien erklärt sind. Darin gibt es auch eine Anleitung, wie man einen wissenschaftlichen Text verfasst. Dazu gehört nämlich noch viel mehr als das Zitieren. Im Gegensatz zu euch Psychologen gibt es bei uns Architekten nicht nur einen vorrangigen Zitierstil. Ich habe mich jetzt auf Chicago festgelegt. Dieser Stil wird bevorzugt, ist aber nicht vorgeschrieben. Hauptsache du bleibst konsequent bei einem Stil. Für diesen Stil gibt es auch ein super dickes Manual, was man in der Sloop ausleihen kann. Zum Glück auch online, dann spart man sich das Tragen. Und wo ist der Unterschied zu APA? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kannst du mit Autor-Jahr-Seite, ähnlich wie bei APA, zitieren. Ich finde aber die Zitierweise mit Fußnoten besser. Dabei gibt es im Fließtext eine hochgestellte Ziffer, die auf die Fußnote verweist. Dort stehen als Kurzbeleg Autor, Titel und Seitenangabe. Die vier Ws Wer, Was, Wo, Wann werden erst im Literaturverzeichnis ausführlich beantwortet. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schaut euch dazu auch die Handreichung zum wissenschaftlichen Arbeiten an, die die Sloop herausgegeben hat. Ihr könnt sie über den Dokumentenserver Kukosa aufrufen. Weitere Filme zum Zitieren findet ihr auf dem YouTube-Kanal der Sloop. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Vielen Dank! Their Five-Kanal, Guest Farm Willi